Salve a tutti! Mein Name ist Christian Schlegel, es ist Dienstag, der 13. August und in diesem kleinen Clip geht es um das Gold. Gold ist momentan wieder in aller Munde und ich möchte es gerne mal so ein bisschen längerfristig betrachten. Deswegen, vor euch liegt der Chart eine Kerze, ein Monat. Wir waren hier in 2011, waren wir am Hoch bei 1920 ungefähr und da hieß es Gold knackt gleich die 2000. Und dann ging es aber runter. Dann waren wir Ende 2015 auf dem Tiefskurs von 1048 und da hießen die Headlines Gold knackt die 1000 nach unten. Ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe. Ja und jetzt stehen wir hier genau mittendrin bei 1501. Eine der Headlines der letzten Tage war, dass Putin, sprich Russland, kauft Gold. Hat er gut gemacht, Respekt, der Herr. Ordentlich viel gekauft, schon seit längerer Zeit, heimlich stehen und leise. Und zwar so leise, wie anfangs die Verkäufe von Venezuela stattfanden. Das war hier in diesem ganzen Bereich. Da wurde von Venezuela verkauft, landeten jeden Tag die Flugzeuge in der Schweiz. Und jetzt ist es Herr Putin, der hier kauft. Mir fällt hier so ein bisschen was auf, deswegen ich wollte unbedingt vom Monat anfangen. Wir haben hier die Bänder gebrochen. Wir sind oben raus per Monatssicht. Die Bänder gehen auf. Das ist grundsätzlich positiv. Wir sind weiterhin positiv über den Trendfolger MACD und bereits überkauft über die Stochastik. Ich habe hier eine schraffierte Linie reingemacht, die wird uns während des Clips begleiten. Das ist dieses Low hier bei 1527. Und dieses High kommt von diesen beiden Kerzen hier bei 1556. Das nur mal merken, weil das wird uns ein paar Mal jetzt begleiten. Also vom Monat her ist es noch in Ordnung hoch. Ja, sehr schnell gestiegen, aber noch ohne Verkaufssignal. Gucken wir mal auf die Woche. So, die Woche. Diese Bewegung hier waren 170 Punkte. Diese Bewegung hier 270 Punkte. Also eine ganz erhebliche Akzeleration. Und hier ist wieder diese schraffierte Linie mit diesen beiden Punkten. 1527 zu 1557. Da waren wir heute dran. Das ist für mich so eine Übertreibungsphasenzone. Nennen wir es mal so. Da sind wir rein. Und haben dann am Nachmittag von dem Hintergrund der insgesamt sehr hossierenden Börsen, Aktienbörsen weltweit, hat das Gold dann doch erheblich nachgegeben. Wir hatten heute einen Hochskurs, Höchstkurs von 1534 und waren dann runter. Ich glaube, es war 74 genau. Ja, 1479. Das ist auch mal ein Wort fürs Gold. Wie auch immer. Mir fällt es auf, das war eine flache Bewegung. Dann kam die Korrektur und hier ist die Akzeleration. Auch von der Woche her. Die Bänder sind weiter auf. Also von daher ist nichts zu wollen. Das MACD ist immer noch positiv. Auch hier ist der Oszillator überkauft. Das muss er aber auch nach dieser Bewegung hier. Also von der Woche her ist es noch in Ordnung, außer dass ich jetzt hier in diesen Widerstandsbereich reinkomme. Jetzt gehen wir auf den Tag. Und das ist die heutige Tageskerze hier. Schon ein ganz fieses Stück. Das heißt, die hat also die letzten fünf Handelstage komplett ummantelt. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Es ist ein schwarzer Körper. Mag ich nicht so sehr. Wir sind vom MACD hier schon leicht negativ. Von der Stochastik her überkauft, noch ohne Verkaufssignal. Aber das steht relativ kurz davor. Da reicht es für morgen, für den Mittwoch. Wenn der Preis des Goldes hier innerhalb des Körpers ist, reicht es, um über das MACD und auch über den Oszillator ein Verkaufssignal auszusenden. Und hier fällt eins auf mit den Bändern. Wie gesagt, wir sind im kurzfristigen Bereich. Eine Kerze, einen Tag. Die ebenfalls stark geöffneten Bänder. Das untere, das der Bewegung entgegengesetzte, ändert die Richtung. Und das ist eigentlich für mich ein Signal dafür, dass diese Zone hier halten wird. Und ich glaube nicht, Putin hin oder her, dass dieser Bereich hier überboten wird mit Schlusskurs. Kann sein, dass wir da noch ein, zwei, drei Tage drin sind. Aber ich glaube eher, dass wir uns hier so eine Pause wie hier verdient haben. Hier war es eine Seitwärtsbewegung. Ich vermute allerdings eher hier, dass wir ziemlich genau auf die 14,50 noch mal zurückfallen werden. Das war der letzte Ausbruch. Das wäre eine hervorragende Korrektur für das Gold. Einfach mal hier auf Sicht von den nächsten, sagen wir mal, 15 Handelstagen runter auf die 14,50. Vor dem Hintergrund bin ich kurzfristig durchaus negativ für das Gold. Je länger das dauern wird, umso eher werden die Wochen- und Monatstechniken auch fallen, auch negativ werden. Wenn das jetzt nur eine Geschichte von ein, zwei Tagen ist, dann passiert im Monat und der Woche nichts. Aber über den Tag hier muss ich davon ausgehen, dass wir unser Hoch jetzt heute mal hier gesehen haben und dass wir eher ein bisschen weiter runter gehen. Mein erstes Ziel wäre die 1450. Und für diese Art der Bewegung habe ich verschiedene Scheine mitgebracht. Zum einen bin ich der Meinung, ich muss einen Long-Schein eher suchen, sowas hier, 1376. Das ist hier unten, ungefähr hier, unterhalb des unteren Bandes, unterhalb von dieser Unterstützung, die wir hatten, die 1380. Der hat momentan einen Hebel von 12. Natürlich, wenn der Kurs des Goldes weiter fällt, dann wird der Hebel natürlich auch dementsprechend größer. 12 ist eigentlich für mich ein eher ziemlich langweiliger Hebel. Heute im DAX-Trader von Finanzen.chat hatte ich einen Schein genannt für den DAX mit dem Hebel 110. Da haben sie mir gleich auch an den Ohren gezogen. Ja, aber es war richtig. Es war in dem Moment richtig. Das war der Momentum-Trade des Tages. Hat Spaß gemacht. Also 12 ist eher ungewöhnlich. Ich rate auch nicht dazu, den jetzt zu kaufen, sondern zu warten, bis wir wirklich hier diesen Bereich, der sich verbindet mit der 20-Tage-Linie, um die 1450, wenn wir den sehen. Dann kann man sich den genauer anschauen. Also einer für die Watchlist, 1376. Das ist die Kennnummer von Goldman Sachs, ein Open-End-Schein GA7TYC. Beim Put bin ich mutiger. Das hier ist die obere Begrenzung von dieser Zone, die ich hier schraffiert habe. Und es ist ziemlich genau 1557. Und da will ich auch gar nicht weit von weg gehen. Und ich habe diesen Schein hier gefunden. Das ist ein 1572er. Auch unlimitiert. Er hat im Moment einen Hebel von 21 und das hat die Kennnummer von Goldman Sachs, die GA8HLN. Ich glaube es nicht, dass wir drüber gehen. Also nicht in dieser Bewegung. Ich rechne tendenziell eher mit eben so einer Pause, die erfrischt. Und da muss man noch überlegen, wie weit diese Pause runter geht. Heute hier und jetzt ist das Gold für mich kein Kauf mehr. Das ist jetzt erstmal erledigt. Wir haben akzeleriert. Wir haben heftigst akzeleriert. Deswegen muss ich jetzt erst hier mal ein bisschen abwarten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.